Hi, ich bin Kathi und das hier ist der Pflegeschatz von Haarliebe. Ein intensiver Pflegeboost und Schutz für deine gefärbten oder getönten Haare. Diese Haarkur ist ein echtes Spa-Treatment für deine Haare und für den Schutz sorgt ein besonderer Pflanzenkomplex aus regional bezogenen Äpfeln, Trauben und Weizenkleie. Diese Kur macht deine Haare mega schön geschmeidig, leichter kämmbar und verliert außerdem wundervollen Glanz. Der Pflegeschatz enthält übrigens zusätzlich einen UV-Schutz, der deine Haare und die Haarfarbe vor Sonneneinstrahlung und dem Verblassen schützt. Verwenden könnt ihr ihn entweder als Spülung oder als Haarmaske etwa einmal die Woche. Außerdem riecht die Haarkur extrem gut, nämlich sanftfruchtig und cremig. Aus Liebe zu deinen Haaren und zur Umwelt verzichten wir ganz bewusst auf Silikone, Parabene und Sulfate. Außerdem sind alle Haarliebe-Produkte vegan und die Verpackungen bestehen aus so viel recycelter Plastik wie nur möglich. Für mehr Tipps und Infos kannst du uns gerne auf Instagram folgen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!